Hallo meine Freunde, wir sind hier bei Fortnite. Warum geht's in Fortnite? Ihr müsst eure Welt verteidigen gegen Zombiehorden. Das ganze läuft, ihr müsst halt Basen bauen. Es ist so ein bisschen wie, wenn ihr euch an Dungeon Defenders erinnerst. Das ist ein bisschen Tower Defense, es gibt Tower Defense Elemente drin. Ihr könnt aber auch in den verschiedenen Klassen den Ninja, den Soldier. Da gibt's noch Outlander könnt ihr spielen. Super komplexes Spiel. Ich selber zock's halt auch schon. Es ist Open Assess. Nur das Problem ist, momentan müsst ihr dafür bezahlen. Das heißt, wenn man jetzt Fortnite spielen will, braucht man einen Key. Und nächstes Jahr wird's dann in den Open Assess gehen. Worauf sitze ich hier? Das ist ein Loot-Lama. Diese Lamas, die gibt's auch im Spiel. Dann müsst ihr die dann mit so einer Lama-Piñata, die haut man dann kaputt. Und das Lama geht auf und ihr kriegt Loot. Grandioses Spiel. Und wir haben von den Entwicklern von Fortnite für unseren Loot-Rucksack auch etwas bekommen. Und zwar ziemlich geil. Zwei so kleine Kärtchen, da ist ein Code drauf. Und wenn ihr den Code aufrubbelt, dann kann da unter Umständen sogar ein komplettes Spiel drin sein. Also, Fortnite, wir haben's hier angezockt. Sieht grandios aus. Ich kann's nur empfehlen. Spielt selber großartig. Und ihr könnt dank Fortnite das Spiel durch unseren Loot-Rucksack gewinnen. Naja, ich mach da mal weiter und hüpfe mal von meinem Loot-Rama runter. Bis dann. Ciao. Bis dann. Wir wissen. Bis dann. 5-9-5-9. Wir haben's window 온 Note. Wir werden mit engl June 3 TBl. Vi cũng haben's gehört. Wir wollen das Ganze informieren. Das Ganze ist ein Jahr. Wiriley bei uns für uns bei Thankfullys wieお願いします. help. Wir fahren過去照 gigantic detox.